Wie war Ihr Lauf? Toll, mein erster. War total klasse. Ja, war total super. War total klasse. Ich habe Lust, beim Marathon mitzumachen, weil es Spaß macht und es ist auch gut für die Gesundheit. Wir freuen uns ganz doll, aber ich bin sehr aufgeregt. Ich auch. Für das große Marathon. Wenn dann so viele Menschen auf der Straße sind, dann merkt man halt eben, hier diese Stadt hat Vielfalt und hat alle möglichen Überraschungen. Und der Marathon ist jedes Jahr ein Höhenpunkt. Leider ist es heute unser letztes Mal, weil wir nicht neun sind. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Fünf, vier, drei, eins. Fünf, vier, drei, eins. 2011, alle Damen und Herren, und jetzt geht es die Hände nach oben, die Sticks zum Einsatz, das ist euer Applaus! Die Strecke ist sehr gut besetzt, also es sind sehr viele Zuschauer und das ist immer sehr schön, also man wird da immer sehr schön durch die Menge getragen. Die Stimmung ist super und das ist einfach großartig. Also in meiner Gruppe sind viele durchs Spendentor gelaufen, auch auf beiden Runden sozusagen. Und dadurch, dass relativ viele Zuschauer da standen, wo das Spendentor war, haben sich die meisten hinreißen lassen, auch sozusagen durchzulaufen. Und es war relativ groß auf der Strecke präsent. Im Spendentor heute Morgen war viel los und ich glaube, wir machen diesmal ein gutes Ergebnis. So, was do you think is the special thing at the Frankfurt Marathon? The course is very flat, very fast and the service with water station and everything was perfect. Das ist schon eine große Leistung von den Läufern und ebenso große Leistung von den Caritas-Mitarbeitern. Dass hier 140 am Platz sind und sich freiwillig zur Verfügung stellen, das hat meinen großen Respekt und das ist alles anders selbstverständlich. Also es ist ziemlich viel Arbeit, weil ziemlich viele Leute da sind, aber es ist auch spannend, weil ich zum Beispiel auch den ersten getroffen habe. Musik 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 Vielen Dank.